hofda südwesten durch nicht nicht direkt gegen steine fahren das soll wehtun habe ich mir sagen lassen treibstoff ist auf 50 prozent runter die batterie anzeige ist immer noch komisch 100 prozent scheinen 100 prozent zu sein warte mal eine weile licht an und guckst ob die anzeige runtergeht wobei sich die batterie von einem auto auch leert nicht nur von radio licht und so weiter sondern auch von anderen dingen ich kenne mich mit autos absolut nicht aus und auch mit motorrädern nicht besonders gut du bist nur so eine brandhütte oder weise wahrscheinlich nur die elektronik sein im wagen motorrad oder was auch immer die batterie drängt also springt zumindest schon mal nicht schnell um selbst mit der lampe frage ich was letztes mal passiert ist da war es ja doch recht schnell von ziemlich viel auf null runter meine teorie war damals dass ich das licht angelassen habe und dann eine nacht in der basis wurde vorstellt können sein was haben wir hier ich mache es jetzt noch mal ich lasse das licht einfach an aber dann hier ein beschliffen sporn hinter mir ist gemeint ich meine es einfach so gesprochen dass du gesehen hast dass ich anhalte aber euch schön schnell dann soll das haus noch schaffen bevor ihr alle schnell werdet okay hab dich nicht auf den rucksack hauen kann ich auf den rucksack hauen könnte was tolles drin sein so zappelt noch was ja also rucksack zeigt nämlich tollen waffen ich höre schon wieder was keine tollen waffenteile so apropos richtiges werkzeug für die richtige situation anscheinend ist es bei reifen was die das heißt ich habe in der letzten folge nichts falsch gemacht was ich ja wo ich mir halt nicht sicher war nur dass die geschwindigkeit unterschiedlich ist also mit einer picke geht es wohl am einfachsten alles andere ist halt ein bisschen auch praktisch nee mach den cowboyhut mal kann man dich essen? cowboyhut mal so oh guten tag das da ist noch interessant theoretisch praktisch ist hier nix nein nicht holz habe ich Faucets? ne habe ich nicht also ich nehme mich mal mit weil das abbauen schon schnell geht aber ich werde dich zerlegen sonst nimmst du mir zu viel Platz weg genauso wie der Candlestick da auch so und weiter war kein wirklich besonderes haus aber ich komme mich ein bisschen austoben mit dem Vorschlaghammer oh nein komm 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 da ist schon wieder so eine Brücke was machst du da? du fährst kein Fahrrad hör auf so komisch rum zu hampeln ja eine der Brücken die hier noch nicht eingestürzt aber es lässt sich ja ändern ich denke das Ding ist einfach tierisch instabil sobald ich rüberfahre stürze es ein aber wenn es instabil ist müsste es ja auch zusammenstürzen wenn ich irgendwas anderes mache zum Beispiel nein hm ok ein Block vielleicht weg ist nicht weg ja also es ist nicht besonders tragend das Metall jeder Block hat ja auch einen Wert also einmal die Haltbarkeit und dann wie viele Blöcke in der Luft quasi stehen kann bevor er runterstürzt bei Wooden Frames sind es glaube ich 4 also wenn man von hier aus jetzt 1,2,3 eventuell schon ranhängen würde oder irgendwelche andere Abstützungen dann würde es irgendwann einstützen aber sowas wie richtige Stahlträger oder Beton die sollten da eigentlich mehr haben und das Zeug hier ist halt allgemein nicht so wirklich stabil das heißt wenn ich da jetzt rangehe und ich hau den da weg also der da wäre ideal aber da komme ich glaube ich nicht so gut ran ist eigentlich ein bisschen spät für so eine Spielerein gleich werden die Zombies schnell das ist schön das ist schön dass es geht nicht dass man so viel damit anstellen könnte aber ich finde es toll dass die Entwickler sich dran gemacht haben und sowas einigermaßen gut ins Spiel zu implementieren Minecraft hat sich da nie wirklich die Mühe gemacht da war ein Hase ich habe noch gar kein Schuss mehr denn dann macht das auch keinen Sinn dem Hase zu folgen erstmal jetzt weg von den Zombies folgt dem Karnickel und dem Schwein so weg von den Zombies Lichtausweis stört einfach nur und wie ihr sehen könnt unten die Batterie ist wirklich runtergegangen und zwar ganze 5% das heißt ich muss das jetzt doch wieder anmachen für ein Gegentest Test Nummer 1 war jetzt gerade geht die Batterie runter wenn die Lampe an ist und man nicht auf dem Motorrad ist das kann ich bejahen wenn jetzt die Batterie nicht runter geht während das Licht an ist und ich auf dem Motorrad drauf sitze dann ist da irgendwas komisch und hier waren wir schon weil da hätte eigentlich ein Auto stehen müssen das sieht man an den an der Luft lehnenden Leichen ich bin nämlich schon wieder viel zu weit richtig ja geht ich wollte eigentlich hier durch ja dann fahre ich jetzt mal so ein bisschen östlich östlich mit dem Tick Norden da so durch und 95 merken 95% wenn wir jetzt hier in die Nähe der großen Stadt kommen und da ist noch nichts runtergetickt dann verbraucht es die Batterie wohl nur wenn man nicht drauf sitzt was komisch ist aber das Minibike ist ja auch für mich zumindest noch relativ neu wurde vor ein paar Monaten zwei, drei Monaten oder so reingepatcht entweder das oder ich hatte es einfach nur nicht auf dem Plan weil ich nicht so weit gesp... ach hier ist die böse Brücke da ist gerade ein brennender Zombie der keinen Brenneffekt hatte siehst du seit man komisch aus ich sollte eigentlich nicht den Straßen folgen auf den Straßen habe ich damit das meiste schon immer noch 95% gut dann bleib mal hier gut stehen ich schaffe es nicht ich war da hoch irgendwie orientiere ich mich immer sofort an den Straßen und gehe nie dahin wo ich mir eigentlich vornehme hinzugehen jetzt ein bisschen da schräg durch das ist schon wieder eine Straße oder? ne jetzt nur ein kleines Tal sieht irgendwie Straßen ähnlich aus oh, Spinnensommel und Hühnchen ahem ich glaube es war gerade der erste Spinnensommel den ich so in Natura getroffen habe und was haben wir hier? oh oh jaoks nam 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 ich muss doch euch nur kurz weglocken fahr genau verbrennen den nächsten Stein rein das ist sehr gut hier sollte ich sie abgehängt haben ich habe keine Modage ich habe Painkiller ich habe auch keine Madpacks das doof Licht mal also mein Helm liegt an das Licht aus es wäre jetzt noch super wenn du nach vorne gucken würdest mit deinem Helm liegt aber kann wohl nicht alles haben wo ist das Zeltlager jetzt? weil ich würde schon ganz gerne wissen ob was besonderes ist oder ein Standard Zeltlager mit zwei, drei Zelten eine Leiche ein Backpack und was gab es da noch so? nicht wirklich tolles oder was jetzt ein Militär Zeltlager ist so ein Spä-Außentrupp was auch immer Zeltlager ich denke wir auf die Karte gucken müssen weil hier so nachts finde ich nix ganz und gar nix das da was ist das da? also da so 9 Uhr hier ist ein Brenn-Zombie na gut also möglichst die Augen offen halten beim Vorbeifahren aber es sieht mir ne ist ein ganz normaler Campingplatz kein militärischer Scout-Außenposten oder ähnliches schade 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 durch das ganze dickig durch und Richtung Osten war der letzte Plan da habe ich jetzt schon mal eine Kleinigkeit gefunden abseits der Wege das ist doch auch gut ich muss ja echt vorsichtig sein mit den ganzen Dingern auf dem Boden weil manche davon halt einen anzünden können und manche nicht dass das ganze Licht sowohl die Helmkamera als auch die Onboard-Kamera äh scheinbar manche natürlich dass sie nach rechts gezogen sind hilft dabei nicht wirklich müssen wir nach links tappen aber das Licht auch gleich wenn sie nach vorne geht äh bonk ist zwar ein normales Haus aber da sind ein paar viele verbringen wir anhalten wegen dem Wagen einmal zum looten einmal zum auseinandernehmen und dann auch die Leiche die davor ist plus Rucksack mitnehmen kaputt nö alles kaputt dann zerlegen wir halt erstmal das Ding hier da erst looten dann zerstückeln rucksack liegt irgendeine Batterie oder ähnliches auf dem Boden nö e gedrückt halten voll auch nichts zu Tage weil manchmal klicken die Sachen ja durch den Boden durch und das ist doch doof dann einfach e gedrückt halten dann werden sie dem Malerweil zum Beispiel dahingesaukt und hopsen dann vor einem rum aber das zeigt nichts okay dann ich nehme mal noch mehr davon danke jetzt wirklich zu dem Wagen zurück da war noch ein Zeher Zombie genau da hinten könnte ich ein bisschen anstupsen wo willst du hin genau komm hierher oh ne es klappt so nicht also er nimmt schon die Geschwindigkeit des Vehikels mit in die Berechnung des Schadens und wenn man nicht schnell genug ist dann macht es halt einfach keinen Schaden was ich super finde und man hätte es auch regeln können mit einer Kollisionsbox das heißt einfach sobald die Kollisionsbox von dem Wagen ein Zombie trifft also die Kollisionsbox von dem Zombie dass der Zombie dann Schaden bekommt dadurch könnte man halt einfach auch mit 0,1 kmh einmal gegenstupsen und der fällt tot um das wäre ein albern also auch hier wieder haben sie sich mehr Mühe gemacht als sie für eine Alpha hätten machen müssen aber dieses rittermäßige Lanzen reiten was ich hier gerade mache ist ein bisschen schwierig jedoch besser als der Alternative Alternative wäre absteigen und nachts mit Vorschlag Hammer töten wobei du hast keine Beine mehr nein nein nicht mein Wagen wo kommst du jetzt her du darfst nicht einladen komm ok benutzen 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 dich auch noch der schmeißt ja eine Sache nach der Abo andere ein guten Tag nacht morgen ich habe dich gehört ach du ok 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 dann Minibike einmal rum möglichst ohne noch mehr Zombies anzuziehen aber re werde stehen bleiben müssen ähm ok und das ganze nicht mal für ordentlich zu tun nö einfach mal nein zwei Federn oder war mir schon halb frei ist ok so kann man die Nacht auch den Motor im Kreis fahren Zombies anstupsen dann leichtsinnigerweise während der Halbfahrt vom Vehikel springen Vorschlag Hammer schwingt auf die Zombies losstürmen ja ja da ist eine Zombiemom ich glaube ich lass dich mal da stehen und schau mal kurz das Haus genau an ein tun wir noch ne 89 ist zu lange 89 mehr genau das wird nur das passive regenerieren vom Essen gewesen sein das Symbol nicht die schöne Drogenregeneration die wir jetzt haben 94 95 96 so muss das sein gut das sieht gut aus da ne oh wenn das Backpack ein bisschen glitchy ist aber sage ich nichts gegen honey nom rest kann da bleiben ja ich habe nochmal geprüft was wirklich die Sachen sind wonach sie aussehen weil es gibt ja doch ein zwei Sachen die haben genau die gleiche Grafik aber sind für uns die Waffen also das für die AK zum Beispiel sagt glaube ich genauso aus wie von einem anderen Gewehr ich spinne hm na gut oh genau Reifen Picke Picke ist one hit das heißt ich habe einfach nur richtig richtig viel Pech gehabt bei den Reifen oder beim ersten Mal wo ich sie gefunden hatte richtig Glück eins von beiden oh da Reifen okay 168 meine jetzigen sind wesentlich 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 höher richtig nein ich wollte gedrückt halten den Kofferraum den Kofferraum kann ich auch mal ein bisschen zumüllen dafür ist er ja da ja meine sind dezent besser können aber da ein bisschen Backup Kram da hinten rein nachtanken können wir auch mal oh alles weg was ich gefunden habe okay wir brauchen doch ein bisschen mehr als gedacht ich wäre irgendwie davon ausgegangen dass wir mit Plus nach Hause kommen okay nee nee ich will dich nicht in also mit Shift rum sortieren sollte man nicht bei Dingen tun die eingebaut werden können aber hier sollte das überall mit gehen richtig okay viel Radiator ähm fuel fuel wird rausgenommen wenn man irgendwas umbaut primär wahrscheinlich die Engine ne jo okay das hätten wir wir haben ja noch mehr Platz das heißt jetzt geht es weiter Richtung wo auch immer wir gerade sind jetzt bewegt es einmal ordentlich schräg durch das ist okay ich würde sagen jetzt geht es Richtung für die Mine ist schon zu spät Richtung nach Hause dann basteln wir zu Hause rum und den Zeitraffer in der Mine mache ich dann Ende Tag 48 das klingt besser es geht auch noch mal ich würde dann mal ich würde dann sein aber vielleicht